Mein Dino, ich habe jetzt einen eigenen Dino, der heißt jetzt Arkani, Alter. Wir müssten jetzt gemeinsam diesen Mistkäfer holen. Und ich sag eins, ich würde nicht einfach in die Höhle reinrennen, ja? Wer das macht, muss sich darauf einstellen, dass er stirbt. Ich renne rein. Selbst schuld. So, Kevin, wann machen wir jetzt was zusammen? Ich bin jetzt gerade die Trikes da am Zähmen erstmal, damit wir Narkotik produzieren können, weil irgendwie das Problem ist, ohne Narkotik können wir nix zähmen. Henki, kannst du dir mal ganz kurz das Wassersystem angucken? Wenn du das hinkriegen würdest, der Wasserhandwerker zu sein, das wäre komplett 10 von 10. Das hängt jetzt so gastarbeitermäßig hier. Naja, gastarbeitermäßig. Der hat Holz, der hat Stein, macht jetzt so, wie besser das fällt. Mega gut aber auch. Das ist saugut. Alter, das Ding ist, wir müssen echt einen Biber fahren, ne? Ja, wir brauchen echt einen Biber. Wir müssen jetzt mal eine Base erschaffen. Mit den Trikes kannst du auch gut Holz holen, Revi. Ja? Die spielen wir auf Gewicht, dann können die viel tragen. Dann packst du bei denen Holz rein, du kannst Holz tragen. Dann kannst du immer so 500, 600 Holz auf einmal transportieren. Dafür lohnen die sich. Einer wird jetzt aber gleich fertig sein, wahrscheinlich. Ja, dann würde ich mir denken. Wo ist der denn hin? Kevin, kann es sein, dass ich gerade verbuggt bin? Ich will einfach nur, dass Dinos für mich arbeiten. Das würde mich extrem glücklich machen. Ich verstehe nicht. Ich habe das ganze Leder ist weg. Ich verstehe das nicht. Ich habe es dir gerade hingegeben. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wo es hin ist. Das ist schlecht. Hä? Es ist hier nicht drin. Wo ist denn das Chat? Dann sag ich mir, wo es Leder ist. Ah, okay. Es ist nicht jemand in der Tal, ihr Affen, Alter. Seht ihr hier irgendwo Leder? Warte, 137. Kevin, wann kann ich den Dino nutzen? Da musst du mal hingehen. Der rechte. Okay, ich habe den Fehler gefunden, Max. Du hast ein falsches Wort. Der liegt hinten bei Max in der Nähe. Der müsste gleich fertig sein. Der war schon gerade, wo ich geguckt habe, bei, ich glaube, 83 Prozent oder so. Du musst einen Sattel noch für den machen dann. Was ist denn das für einer? Trizaratos, ne? Ja, genau. So, Rebi, deiner steht hier, dein 82er Zweig. Sehr geil, danke dir. Darf ich dir mal einen Namen geben? Kannst du machen. Wie heißt der jetzt gerade? Der ist jetzt einfach nur Trizaratop. Ja, dann mache ich das gleich. Warst du im dritten Weltkrieg dabei? Ja. Also, ich würde es extrem geil finden, wenn wir einen Steinabbau-Dino hätten und einen Holzabbau-Dino. Ja, deswegen ist es aber mit offen dafür Narkotik. Narkotik, Jungs, Narkotik. Narkotik. Wir müssen sehr viel Narkotik produzieren. Das ist momentan so die wichtigste Ressource, die wir brauchen. Weil ohne Narkotik läuft der Laden hier nicht. Hab ich schon mehrfach gesagt, aber auf mich hört ja keiner. Ich kann nicht mehr Narkotik zählen, weil wir nicht genug Dünger haben. Wir brauchen mehr Fiomia-Biester, die schließen. Wieso? Ja, wir brauchen einfach mehr Tiere, die am Kacken sind. Warum brauchst du denn noch mehr Kacke? Ich brauche mehr Kacke, wegen mehr Dünger. Ach, du hast da jetzt schon voll viel Dünger am Produzieren, oder nicht? Ja, aber das ist zu wenig. Weißt du, was besser wäre, Max, wenn wir einen Käfer dir holen? Ja, oh mein Gott, das würde ich so geil finden. Sollen wir dir so einen Kackekäfer holen? Ja. Okay, da könnte auch Rewi mitkommen. Also eigentlich können alle mitkommen. Da müssen wir nämlich in eine Höhle reingehen. Ja, Romatra weiß ich jetzt nicht. Spar, kannst du mir noch einen Sattel für den Triceratops machen? Weil ich kann den gerade nicht klären. Ich habe den nicht im Crafting-Ging drin, müssen wir freischalten. Ich kann den machen. Das wäre saugeil. Wenn du mir die Rohstoffe bringst. Wie benennt man den denn, den Triceratops, Kevin? Triceratops-Sattel. 140 Leder, dann baue ich dir den. 140 Leder, let's go. Kann ich machen? Mein Dino, ich habe jetzt einen eigenen Dino, der heißt jetzt Arkani, Alter. Geiles Ding. Rewi, du farmst jetzt Holz oder was? Ja, ich will jetzt eigentlich Holz und Stein farmen. Ich will weiter die Base ausbauen. Aber ich komme jetzt eigentlich mit und brauche... Du musst doch Leder machen, sonst gebe ich dir keinen Sattel. 150 Leder machen von dir. Schatz, 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 beruhig dich, okay? Schrei mich bitte nicht an, Max. Ich mag das nicht. Gut, kein Sattel für Rewi. Nein, ich hole doch jetzt Leder. Ich habe jetzt gleich 500 Steine, ne? Sehr gut, wir treffen uns dann in der Basis. Wo bist du denn? Gehen generell nicht viel aus... Wo ist der jetzt hingelaufen, Mann? Ich könnte kotzen, Alter. Ich brauche doch nur ein bisschen Leder. War das ohne Leder, übrigens zufällig? Ich habe etwas Leder. Ja, wie viel brauchst du? 40. 40 ist machbar, ja. Geile Sau. Hier habe ich dir gedroppt. Danke. Sollte unten liegen. Kannst du den sammeln? Ich habe gerade noch wahrscheinlich gekackt, weil ich so froh war, dass ich das bekommen habe. Kein Problem. Das machen öfters Leute, wenn ich ihnen was schenke. Die kacken mir dann auch. Ach, die geben da kein Leder. Die geben Elektronik. Die Elektrodinos. Ich dachte, das wäre nur ein Skin. Hier. Das ist ja geil. Kann ich dir mal eine Teilspeere machen? Für euch. Wollt ihr einen? Ja. Okay. Dafür machen wir einen guten Tausch, oder? Ist ein guter Tausch. Hier ist gedroppt. Dankeschön. Lässig, oder? Geil. Sehr geil von mir. So muss das funktionieren. Max, der Meister der Kacke, ja. Äh, Romatra, nimm dir ein Beispiel von Revi. Nimm dir ein Beispiel an, Revi. Der spielt das Spiel richtig. Wieso? Was hat er gemacht? Er, äh, gibt was und nimmt was dafür. So funktioniert eine Gesellschaft. Oder du behältst alles in den Metall und lässt es dir dann klauen. Alter Leute, Akani ist ja so OP. Komm mal hier, Romatra. Ah. Akani. Der ist saulangsam, oder? Ja, aber saustark. Nicht auf den draufgehen. Du kleiner, haariger Bastard, geh da runter. Ey Jungs, Hanky, Max, kommt mal her. Hier. Jo. Was macht ihr da? Alter, wie lässig. Geil, oder? Den Kamin hab ich gebaut. Warum? Ey, unnormal geil. Alter, sind wir ein derbe gutes Team. Oh, die Sch***. Wie jeder seine Aufgabe gemacht hat, außer, ne? Wir brauchen keinen Namen denn. So, dann stell mal Stimulant her, so viel du kannst davon. Repariert eure Werkzeuge, weil wir werden jetzt in der Höhle wahrscheinlich auch gleich Kristalle und sowas abbauen. Dann würde ich sagen, wer ready ist, kommt einfach zur Brücke und sobald alle da sind, dann gehen wir zur Höhle. Ich nehm jetzt keine Pfeile mit, ist mir jetzt egal. Ich werde jetzt einfach los. Wir müssen jetzt gemeinsam diesen Mistkäfer holen. Let's go. Dieser eine kleine Sch***käfer carriert uns komplett durch. Let's go, let's go. So, G-Time geht voran. Oh, nein. Du bist so ne Niti, wir gehen jetzt los, ohne Rubatra, ohne Rubatra, los. Das ist ganz schnell los, er kann grad nicht. Er hat seine komplette Wasserflasche umgestoßen. Auf die Tastatur, auf die Tastatur. Also, ich würd mir doch gerne hier jetzt ne Sch*** rausjoinken, ne? Mit was möchtest du rausjoinken? Ein Fleisch hier, damit ich genug kann. Nein, wir haben genug, komm hier, ich geb dir 25. Wer hat denn hier das Floß gebaut? Okay, wir treffen uns bei der Brücke, dann geht's gleich los. Wir sind schon drei, jetzt sind wir vier. Wo sind die anderen beiden? Ja, ich bin hier. Vier von sechs Spielern. Fünf von sechs, es fehlt nur noch einer. Wer ist der letzte, wer fehlt? Revy. Ja, Revy kommt auch. Okay, let's go. Finde ich auch gut, dass wir nachts loslaufen. Genau. Und ich sag eins, ich würde nicht einfach in die Höhle reinrennen, ja? Wer das macht, muss sich drauf einstellen, dass er stirbt. Und im Falle des Falls, wir seine Sachen nicht mehr rausgeholt kriegen, ja? Ich werde direkt, was ist das? Haben wir da unten, Kevin. Okay, hier ist jetzt die Höhle. Also nochmal die Info von mir. Wenn einer der Meinung ist, er muss reinbrechen und stirbt. Ich renn rein. Selbst schuld. Ich bin drin. Ich geh zurück. Ich renn rein. Kristall hier rechts abbauen. Ja, genau. Hau an, nicht auf sich! Mann, Romatra! Romatra ist zu klein, er kommt nicht an. Guck mal, Remika hat easy Farb, Romatra ist zu klein. Romatra ist zu klein. Menschen, Menschen-Torn bauen, Menschen-Torn bauen. Romatra, stell dich ohnehin, wir schütteln auf dich drauf. Ja, einer hat von euch jetzt geschissen, Romatra hat geschissen, während er Räuber leider gemacht hat. Das ist so, also... Warte, Romatra, stopp, nachstehen. Ja, ich will das von dir runter. Ich hab einfach auf dich geschissen, als ich aufgestanden wurde geparkt und du hast drauf gestanden. Du bist die erste Besondere, die auf die Idee gekommen bist, Remika. Voll witzig. Das ist wirklich warm bei Romatra am Nacken. Was war das? Können wir hier jetzt weiter rein? Weil wir letztes Mal sind die Sechstiger, wir können es mit jedem aufnehmen. Jetzt gleich müsst ihr vorsichtig sein, weil jetzt gleich vom Gegner... Glaub ich nicht. Ey, was ist das hier für ein... Zeigt ihr das auch? Alter... Ja, Alien, Alien. Alien-Technologie. Okay, wer geht in den Gang rein da? Max, machst du das? Nee, ey, habt ihr gerade auch eine Reaktion, in-game? So, wer geht vor? Hier ist kein Gegner bisher. Ich gehe vor. Da ist eine Spinne. Eine Schlange ist da. Schön auf den Kopf schießen. Oh, es kommt hoch von der Decke. Ich wurde betäubt. Oh, das ist nicht gut. Ich bin betäubt. Deine Benommenheit schweigt schnell an. Wir laufen da nur alle. Hilfe, Hilfe, ihr müsst mich hier rausziehen. Ja, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Alter, Krokodil-Leder hat die gesoffen. Okay, vorsichtig jetzt. Die kommen jetzt, die Gegner, ne? Auf geht's. Was ist das für einer? Mein Gott, ihr Idioten, Mann, Alter! Digga, ihr seid so hohl. Wieso kloppt ihr denn auf mir rum? Ja, der ist auch mit dem Finger holen, oder? Einer hat geschissen im Fight. Wieso darf ich denn scheißen? Na, wenn du getroffen hast, nicht, ne? Doch, doch. Ey, das ist eh fast tot. Was ist denn das für 700er-Leder? Ja, eher! Das ist der gegen Karikade. Boah, Junge, Alter. Hier ist jetzt so ein Beetle, ne? Ja, genau. Den musst du zähmen. Das ist der Kackkäfer. Den gibt's mir jetzt Kacke. Den Käfer find ich gut. Ich glaub, das ist mein neues Lieblingstier. Alter, ich hab so Bock auf dieses Game. Wieso machst du das Käfer so Bock? Der Arme, Alter. Das ist krass. Das ist so neun, Digga. Wir haben es nur acht Stunden angefangen. Das kommt ja vorhin, dann erst zwei Stunden zocken. Hey, habt ihr heute Nachmittag schon angefangen? Nein, es war ein Witz. Nein, wir schocken auch wirklich erst Zeit frei, Digga. Du bist so geil, Digga. Dieser Käfer sammelt Sch**te. Durch Sch**te haben wir unendlich Dünger. Und was haben wir sowieso unendlich? Und dadurch haben wir unendlich Nachkubären. Durch diesen Käfer. Und mit Nachkubären können wir alle Dinosaurier zähmen. Also ist dieser Mistkäfer der Ursprung von all dem, was wir in Zukunft machen werden. Ja, ist okay. Ja, wir müssen aber davon noch mehr holen. Hier ist auch noch einer, ne? Die sollten dann erstmal rausgebracht werden. Ich würde auch nicht zu weit in die Rolle reingehen. Ist das dumm? Ja, ich hab mal gerade gesagt, am besten, dass die... Aber gut, ist nicht schlimm. Schlange, 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 Attack. Oh mein Gott, wieso auf mich? Starker Call von mir. Warte, Romatra. Aber ich doch nicht kackt. Ich kann nichts mehr tragen, Romatra. Ich bin überladen. Ich habe ihn Kackmann genommen. Ist okay, Max? Kackmann als Name? Kackmann. Kackmann ist super. Dann haben wir den. Kackmann. Ich habe Tourette. Ich kann nicht aufhören zu pfeifen. Romatra, hör auf damit. Schlangen, vorsichtig. Warte, Henkel. Stell uns von beiden Seiten zu ihm. Und dann pfeifen wir ihn an. Komm, eins, zwei, drei. So, und dann trink jetzt. Wird auf damit sofort. Darf ich mich auch. Halt auf zu pfeifen, wo die Käfer in der Hand fällt. Das ist total verwirrt. Moment. Ich habe 117 von 290 Gewicht. Oh mein Gott. Oh, sch***. Oh, sch***. Was ist das? Was ist das? Kevin, Hilfe. Krokodil. Holy sch***. Kein Krokodil. Das ist was viel mächtiger. Das ist was viel mächtiger ist. Vorsichtig drauf. Vorsichtig drauf. Mach was, ob ich das für ein Krokodil. Ey, warum habt ihr denn das hier hingebaut? Das war nur meine Schuld, weil ich das an der Decke abgeschossen habe. Unser Beatle ist tot. Na toll. Echt, jetzt. Dafür musst du in den Käfig. Ey, Arcani wird angegriffen von Freddy Krüger. Kevin, Hilfe. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Wir töten den. So tritt haben wir den. Komm. Leiten hier. Dein Arcani muss dich halt wehren. Ich glaube, die Spinne ist hier im Wasser. Romadra, so billig ist der nicht. Der ist schon sehr billig. Komm, du musst ihn auch mal ein bisschen treffen. Wenn der dich jetzt töntet, wirst du halt selber schnitt. Also for real. Ich habe ihn doch tot. Ist doch alles gut. Tut mir leid, Romadra. Also Spark, ich gehe in den Käfig rein, wenn du das möchtest. Ne, wenn du es dir wünschst. Also ich gehe in den Käfig rein und fress meine eigene S***. Gut, ne? Alles gut? Nein, Spark. Wenn du nicht drauf stehst, kannst du es machen. Okay, wenn du sagst, ich muss es machen, okay, dann gehe ich jetzt in den Käfig. Spark. So kann das sein, jetzt mal ohne Witz, dass ich der zweitbeste Spieler von uns bin nach G-Time? Glaube ich nicht. Schwierige Aussage. Also G-Time ist aber no joke. Kann jeder seine Basis-Außenposten zeigen? Es gibt kein Basis-Außenposten. Wir arbeiten zusammen. Nur du bist der Einzige, der alleine ist der Einzige, der Außenposten. Ich habe jetzt nichts Solo oder so gemacht, weil ich gedacht, wir machen alles zusammen so als Team. Ja, aber ich habe doch un... Also jetzt mal for real. Ich habe doch ein hundertfaches mehr gemacht als Romadra. Ja gut, aber das ist ja auch kein... Alleine wie viel Nagrobär ich da hinten mit meinem Beet gemacht habe, das ist ja nicht mehr menschlich. Ich bin jetzt schon sehr lange online hier und dann sehen wir uns Dienstagabend wieder. Also dann Leute, macht es gut. Okay, machen wir Revi. Es war wieder absolut ein Fest, Revi. Ich wünsche euch ganz gespannt. Dankeschön, macht es gut. Tschüss.